Oh, hi Flint! Was war das denn? Wir brauchen noch mehr Medikits. Brauchen wir unbedingt. Oh fuck, wie soll ich mich denn hier umschauen? Ist doch viel zu groß. Hä, wo sind wir denn jetzt? Was ist hier los? Wer draußen noch was im Bett steht? Ist da unten vielleicht irgendwas? Nö. Ich bin gerade wirklich leicht überfordert. Von dem ganzen Scheiß hier. Nee, kann man auch nicht lang. Okay, das hier ist also so ein komisches Gebäude. Wo hoffentlich nichts Schlimmes drin ist. Hoffe ich jetzt mal so. Hoffentlich übersehe ich nicht zu viele Sachen. Das wäre in unserer Verfassung jetzt nicht ganz so toll. Aber ich muss halt auffassen wegen... Fuck. Wegen... Was ist mit der Tür? Entschuldigung, ich weiß gerade nicht was du meinst. Wir hätten es überhaupt gesagt. War das jetzt Flint oder Gregory? We need something to tie it up. Was hast du gesagt? Ich war gar nicht konzentriert was zu suchen. Entschuldigung. Ich weiß auch gerade nicht wo Flint hingegangen ist. Ist er vielleicht schon hoch gegangen? Das könnte sein, dass das von oben ist. Äh... Ich finde jetzt... Ach... Stirb. Ich finde jetzt nicht so viel auf einmal. Schade. Ist das hier was zu lesen? Ne, ne? Okay. Ich habe mega Hunger irgendwie. Was darf ich eigentlich nicht so laut sagen? Weil die beiden kriegen hier kaum was zu essen von mir. Hm. Hier ist noch eine ziemlich große Halle. Eine mega große Halle. Oh Gott. Hier könnte eigentlich auf jedem Stuhl was sein. Das ist gerade doof. Ich möchte nicht hier alles so perfekt absuchen. Ich hoffe da war ich schon. Ich weiß es nicht. Da ist eine Tür. Die geht nicht auf. Stirbtür. Okay. Hier oben ist so ein... Was ist das gerade für ein Haus? Ich habe gerade nicht so ganz mitbekommen was das hier war. Hier ist so eine Bühne. Gott, hier kann man sogar auch hintergehen. Hier ist es aber auch... Wow! Der Umhang, Alter. Mach mir nicht so eine Angst. Wir werden in dem Fall gegengelaufen. Was ist denn auf der anderen Seite? Noch mehr Stühle. Was ist denn das? Warte draußen waren so komische Betten. Oh, ich habe schon wieder... Entschuldigung. Ich bin immer müde, wie gesagt, wenn ich aufnehme, weil ich immer müde bin. Hm. Jeden Stuhl abzusuchen wäre auch nicht so schön. Es könnte halt was drauf liegen, ist das Problem. Und ich möchte denen eigentlich schon in den Fallen schon was finden. Was wäre gemein, wenn hier irgendwas drauf liegen würde. Es wäre besser, als wenn hier nichts drauf liegt. Sag ich es mal so. Leider brauche ich echt die Taschenlippe, weil es echt zu dunkel ist. Das ist doof. Das ist nicht... Hier rauf steht schon wieder so doll wegen dem Wind wahrscheinlich. Okay, ich muss sagen, wir gehen nach oben. Evolution. Team Rocket. Team Rocket. Das ist ein R für Team Rocket. Ich wusste es. Team Rocket ist an allem schuld. Die haben die ganzen Pokémon geklaut und getötet. Deswegen ist hier keine... Was ist denn Tisch hier? Äh, keine Ordnung mehr im... Dingens. Oh. Im System. Was weiß ich. Entschuldigung. Oh, hi. Oh, warte mal. Ich bin so müde. Können wir uns nicht kurz hinlegen, Flint, und dann irgendwann... Irgendwann weitermachen? Ich jetzt auch mal Fox. Oh. Es geht hier sogar auf. Ein Bild von einer netten Dame. Das ist schön. Hör die Tür zu. Vielleicht ist hier irgendwas hinter euch. Oh, ich möchte ja eigentlich nicht allein drin sein. Ich weiß nicht. Ich kriege hier gerade irgendwie so einen... Ich finde es gerade leicht unangenehm hier zu sein. Ich habe... Ich finde niemanden, den ich schlagen muss. Hier komme ich auch nicht rein. Okay. Ist hier irgendwas? Was ist das eigentlich hier alles? Ist das jetzt Krankenhaus? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Hier ist ein Rechner. Ja, ich gehe einfach diesen Raum mal wieder aus, weil... Der ist komisch. Der ist sehr, sehr komisch. Und... Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ruh und Frieden. Keiner Freund. Ähm... Hier hätten wir noch mehr Leichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fillmore. Fillmore sagt Hallo YouTube. Schäm für dich. Gerade bei den Leichen ist das dein Ernst? Mann. Schön. Da freut er sich hoffentlich. Oh nein. Bitte nicht. Ein kleiner Junge. Wir könnten jetzt hier runter gehen. Oder wie... Ich gehe mal nochmal zurück zu Flint, weil Flint möchte irgendwo anders hin, nicht hier hin. Ähm... Gibt es hier irgendwas? Er möchte in diese Tür reingehen, ne? Warte mal. Da gehe ich mal noch nicht hin. Hier gibt es bestimmt auch noch was zu finden. Ja, zum Beispiel Leichen. Äh... Komische Gefäße sind die auch immer. Also, solange jetzt keine Leiche hier aufsteht und mich umbringen möchte, ist es ja teilweise noch... Ich mache die Tür zu, ist das mein Ernst? Es ist ja noch... Oh, dieses Gauschhund im Fliegen. Das tötet mich gerade extrem. Oh mein Gott. Oh, ich dachte gerade, das sind Hände, ne? Oh mein Gott. Das ist euer... Fuck! Ich verges... Fuck! Fuck, mein Ernst jetzt. Bitte nicht. Oh fuck, ich starte jetzt mal hier neu. Ähm... Wir sind uns gleich wieder, wenn ich das geschnitten habe, weil ich das Essen geholt habe. Abschuldigung und bis gleich. Ich bin jetzt gerade rüber gesprungen. Es hat anscheinend funktioniert. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Ich hoffe... Äh... Ich komme da gleich wieder zurück. Sonst wäre das ziemlich cool. Wir haben noch was zu essen. Eine Gas... Ist das eine Gasmaske? Wir sollten eine Gasmaske mit eben... Gas... Gas... Gasmasken. Gasmasken kann man immer gebrauchen. Und ein Wasserspender und das war's. Eine Zeitung ist ja auch, aber die interessiert uns anscheinend nicht. Hier ist noch was Kaputtes. Und rüber! Oh Gott, es hat funktioniert. Okay. Ich hatte Angst, dass es nicht funktioniert. Dann hätte ich geheult. So. Und jetzt noch nach hier. Die Maschinen jetzt bei den Türen gucken. Nicht, dass wir dann sterben. Einfach so. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. Weil hier liegen wieder Leichen rum. Leichen. Überall. Überall. Oh, ich könnte hier nicht sein. Hier geht es übrigens auch nach unten. Bei der anderen Seite geht es ja auch nach unten. Aber hier kommt man nur irgendwo anders hin, wo wir schon mal waren. Waren wir hier schon? Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, hier guckt man dann auch einfach so hin, ne? Ich glaube schon. Ja, dann gehe ich wieder rein. Auf der anderen Seite kommt man bestimmt auch einfach nur so nach unten. Also ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Nach oben! Und dann machen wir die Tür auf. Aber eigentlich müsste ich vorher gucken, ob man noch nach oben kann. Ich gucke mal ganz kurz nochmal nach oben. Besser ist das, glaube ich. Und natürlich gehen wir links. Mir hat gerade Flint unten Angst gemacht. Alter, ich bin nicht mal in Horrorspiel so richtig. Und ich hatte gerade Angst. Weil die Atmosphäre immer so gut ist. Wie oft will ich das denn noch sagen? Tausendmal, bis ich es kapiert habe. Ich dachte erst, es wäre Coco bei. Ja, ja. Keine Falle. Sehr gut. Oh, ich wollte einfach auf die Person, die dann irgendwann da rauskommt und mich tötet. Die mich tötet. Aber bitte nicht so. Hier ist nichts. Hier ist ein Safe. Ich habe leider keinen Code. Verdammt. Du wirst eigentlich schon gerne einen Code. Vielleicht bekomme ich da irgendwas Wichtiges raus, was ich brauche. Liegt hier vielleicht irgendwas rum? Aber es ist eigentlich nicht so richtig wieder leer. Oh. Mal weiter gucken. Ob wir hier irgendwas finden. Ähm. Ich meine, die Gegend hier ist gerade sehr groß. Ich möchte das eigentlich nicht alles genau so mega absuchen, weil dafür habe ich keine Lust und keine Zeit. Ähm. Ich möchte da nicht auf den Toten rumlaufen, bitte. Oder unten ist irgendwas. Kann ich nicht aufmachen. Okay. Rübergesprungen. Nicht berührt. Sehr gut. Noch mehr Leichten. Das kann ich eh nie aufmachen. Schade. Ich meine, gut. Spring! Diese scheiß Bomben. Wie kann ich die denn deaktivieren? Keine Ahnung. Muss ich halt immer nachgucken. Zum Glück habe ich die eine gesehen, sonst müsste ich mal so viel nachspielen. Das wäre blöd gewesen. Aber wer hat die Fallen da eigentlich hingetan? Frage ich mich gerade. Ich weiß es nicht. Oktober 28. We were brought to board. They must have been looking us through the card file of the medical department. We got uniform protection equipment. They didn't give us instructions. The only thing is they said was the patients need care. Um. Um. Then there were only a few dozen? Dozer. Basically eggheads and moneybags. In a week they brought her- I brought here a quote. And then we didn't- We did not know where to put the corpses. Oil halls and rooms are filled with patients. We try to support them, but people die like flies. Thank god. I seem to have an immunity from the viewers. But the problem is that they don't let us to leave the ter- also ter- Territorium. So. Um. The area is. Third. Patrouillat. But the most of all guards are at the entrance. Three. From time to time they take in their group. Um. Was? From time to time they take in their group of people. Serious and silent. They are brought in an armored cars escorted to the building. And then we don't not see them anymore. Just like they simply went down the tube. Oh. Wollte ich gar nicht. Wollte wegklicken. Oh god. Ich wollte aber eigentlich ähm. Entschuldigen, dass ich grad wieder so behindert war. Aber ich hab mega Durst und dann kann ich einfach kaum reden. Deswegen bin ich einfach behindert. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Ich weiß grad nicht. Ich kann's nicht... Oh. Ich kann's nicht wieder anschauen. Brauch ich das? Ich bin mir grad nicht ganz so sicher. Ähm. Pack das mal weg. Ich hab mir das jetzt angeschaut und irgendwas... V? Was hab ich getan? Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Ich hab keine Ahnung. Hier ist irgendwas. Was? Und Batterien. Das ist gut. Batterien sind immer toll. Ich bin grad leicht überfordert, weil ich nicht weiß, was ich getan habe. Hä? Springe rüber! Oh Gott. Ich hab immer wieder Angst. Flint, ich komm jetzt einfach zu dir. Ich hab keinen Bock auf diesen scheiß Tresor. Ist mir jetzt egal. Schau! Ich bin nur gegengelaufen, ne? Ich bin einfach nur gegengelaufen gegen diese scheiß Tür. Aber was ist in Ordnung? Komm, Flint. Wir suchen jetzt das Abenteuer. Abenteuer, wo bist du? Ich glaub, wir sind schon mittendrin im Abenteuer. Juhu! Ich hab Angst, dass hier irgendwo was ist, ne? Dass wir irgendwie einfach... Wo sind wir denn jetzt schon wieder hin? Ne große Halle ist nicht schön. Große Hallen sind immer doof. Da muss man so viel gucken. Das hängt nämlich grad an 4. An 4.2 der Anfang. Da ist man doch auch hier irgendwo in so einer großen Eingangshalle mit so einem Tisch. Oder, 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 ähm... Oh Gott. Das mit der Kamera in dieser Psychiatrie. Ist hier irgendwas? Irgendwas wichtiges? Äh... Hier ist es nicht unbedingt... Hi, Flint. Hast du irgendwas zu sagen? Kann man auch hin? Ich bin jetzt schon überfordert mit meinem Leben. Aber mega. Ja, ich will da auch nicht ran. Ich möchte da irgendwann nur gucken. Da kann man auch lang. Ich weiß nicht, dass hier irgendwie ne Falle ist. Flint, woher müssen wir... Ach, Flint geht da hinten hoch. Ich dachte, er geht grad woanders lang. Ist in Ordnung. Hier ist so viel, was man angucken kann. Zu viel, ehrlich gesagt. Ich hab schon so dolle Kopfschmerzen. Aber ich muss auch ein bisschen aufnehmen, weil ich kann hier jetzt nicht einfach so ausmachen. Weil der speichert das ja nicht. Hm. Kann das leider nicht lesen. Aber der sitzt auf dem drauf, während er so komisch die Sklavenhaltung hat. Und da ist ein Dollarzeichen. Also es geht um Geld. Es geht immer um Geld. Immer. Immer. Das ganze Leben dreht sich nur um das Geld. Ähm. Gibt's hier irgendwas zum Schauen? Ich glaub, ich krieg auch Kopfschmerzen einfach von dieser Sicht hier. Bis sich die Kamera so dreht. Die ist wirklich nicht angenehm. Und ich mag halt das Spiel. Gott sei Dank ist hier alles vollgestellt. Oh. Dann können wir es nur noch nach da gucken. Oh, zum Glück ist die auch zu. Ich mag es nicht, wenn es so viele Wege gibt. Das ist immer scheiße. Hier ist auch alles zu. Da ist einfach sowas. Auch zu. Sehr gut. Dann können wir jetzt noch da hinten. Wenn die auch zu ist. Ja, Gott sei Dank. Meistens gehen die auch immer so lang, die Kapitel. Sag ich mal. Ja, es sind ja Kapitel. Ja. Die 10 wurde speichert. Ähm. Wir folgen jetzt auch mal Flint. Diesen komischen Gang. Ja. Was willst du hier? Was denn? Oh, ne. Ich will jetzt bitte nicht schießen. Bitte nicht. Ich laufe. Hat er nicht gesagt, wir sollen laufen? Ja, ich warte doch. Hallo, ich bin doch da. Alles gut. Ich bin doch jetzt da. Aber wir haben einfach unsere Lichter an. Ist in Ordnung. Fällt er nicht auf oder so. Nein. Okay, mach's schön zu. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen niemand anders schießen hier. Ich bin kein Mörder. Flint hat übrigens den Bären getötet. Ich war das nicht. Oh, ich dachte, das könnte ich vielleicht ausmachen. Aber nein. Schade. Ich bin kein Mörder. Ja, ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Oh, du hast erlagt. Oh, fuck, was machen wir jetzt? Flint, ich möchte jetzt bitte nicht sterben hier. Flint, ich möchte bei dir bleiben, wenn ich sterbe, ne? Flint, was tun wir jetzt? Wie hast du das eigentlich geworfen? Alle Türen sind so okay, dann versuchen wir es mal. Das läuft mir jetzt auch nicht um. Oh, Flint, du bist mein Retter. Okay. Okay. Welch für? Was müssen wir machen? Oh, Gott. Können wir das machen? Wohin? Zu welchen Räumen? Was willst du von mir? Du hast es lockt, ne? Wohin soll ich gehen? Oh nein. Oh nein, tu mir das nicht an. Oh, was ist hier drin? Oh. Ja, ich suche immer hier gerade irgendwelche Sachen. Äh, ich muss jetzt irgendwas suchen. Hier. Okay. Dann suche ich hier mal irgendwas. Send-Alone-Power-Ding. Hier irgendwo? Ja. Wir müssen uns nicht gerade beeilen, ne? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich wusste übrigens, dass man in den Dorf einen Schrank wegschieben kann. Dahinter ist die Oma, die verrückt geworden ist. Aber das wusste ich leider in dem Moment nicht. Tut mir leid, die haben das leider verpasst. Send-Alone-Power-Supply. Ja. Ja. Wo denn? Was denn? Ich bin gerade überfordert. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Weil hier irgendwo was sein soll. Aber ich habe keine Ahnung. Hä? Will er mich gerade verarschen? Hä? Habt ihr irgendwas gesehen, Leute? Ich fühle mich wie Dora. Dora, Dora. Wie heißt die? Mit dem Backpack-Rucksack. Ah, ich bin so überfordert gerade. So überfordert mit meinem Leben. Oh, hier. Ja, klar. Die Tür, die einzige, die ich nicht sehe, die war's. Na klar. Na klar. Äh, wo ist hier ein Schlüssel vielleicht? Die haben die Tür gleich offen, das weiß ich. Hä? Soll ich hier irgendwas finden oder so? Hier ist der Schlüssel. Na klar. Die müssen gleich drin, ne? Oh Mann, ich bin so blöd. Das tut mir leid. Das tut mir so leid. Ja, 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 ja. Zeit verschwendet. Sorry. So. Was soll ich tun? Was soll ich irgendwo reintun? Hallo? Ich habe jetzt irgendwas gemacht. Hat's funktioniert? Ja, Gott sei Dank. Schön, wir haben's zum Laufen gebracht. Alter, ich der Profi, ne? Ich bin echt der Profi hier. Oh. Wow. Was soll ich? Aber wir werden. Oh. Ah. Oh. 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 Ah. Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sorry für meine Blödheit Ist halt so, ciao Leute